Grundlage dieser Videoserie ist das, Reiterhandbuch, Kapitel 10 Dokumentenvorlagen einsetzen, aus der Videoserie mit 7 Teilen sehen wir hier, 02 eine Dokumentenvorlage verwenden, um ein Dokument zu erstellen, um Dokumentenvorlagen verwenden zu können, müssen sie als solche in einem Vorlagenordner gespeichert sein, um eine Dokumentenvorlage für die Erstellung eines Dokuments zu verwenden, gehen wir wie folgt vor. Wir öffnen Reiter. Erstens, wir wählen aus dem Hauptmenü Datei, Neu, Vorlagen, aus. Zweitens, in der sich öffnenden Dialogbox Vorlagenverwaltung sehen wir oben die Tabs Texte, Tabellen Dokumente, Präsentationen und Zeichnungen, wir wählen den Tab Texte, hier werden einige Ordner mit darin enthaltenen Vorlagen angezeigt. Vorhandene Vorlagen werden in den Ordnern als Symbol dargestellt. Drittens, wir doppelklicken auf den Ordner, der die gewünschte Vorlage enthält, wir wählen hier den Ordner Meine Vorlagen aus. Die im Ordner enthaltenen Dokumentvorlagen werden angezeigt. Viertens, wir klicken auf eine Dokumentenvorlage und haben nun die Möglichkeiten, öffnen, bearbeiten, Eigenschaften, als Standard setzen, in Ordner verschieben, exportieren. Über Eigenschaften können wir uns die Vorlageneigenschaften anzeigen lassen, inklusive einer kleinen Vorschau. Fünftens, wir klicken auf Öffnen, die Dialogbox Vorlagenverwaltung wird geschlossen und ein neues, auf der gewählten Dokumentvorlage basierendes Dokument wird erstellt. Wir können das neue Dokument nun bearbeiten und mit einem gängigen Namen speichern, genauso wie wir es von jedem anderen Dokument gewohnt sind. Die Dokumentenvorlage bleibt unverändert erhalten.